So, ihr seid schon auf der richtigen Seite hier bei Talentcasting, das ist eure ultimative Chance. Also, traut euch, geht hin, macht mit, das ist eine super Sache, da kommt ihr ganz groß raus, weil die Jungs haben richtig an. Viel Spaß und viel Glück! Talentcasting, das ist deine Chance, nutze sie, sagt die Stimme von RTL. Viel Glück! Talentcasting, könnte auch deine Chance sein. Talentcasting, nutze deine Chance, du schaffst es. Talentcasting, das ist deine Chance. Versprechen tun viele, aber wenn du Zukunft suchst und vielleicht ein Star werden willst, Talentcasting, denk dran, bewirb dich. Jo, ich kenne Appetitian, ich sag dir deine Zukunft voraus, ich weiß, du wirst eine Star. Hi Leute, ich bin Senna von Monroe's und zwar nehmt euch teil an diesem Casting und zwar bewirbt euch jetzt an dem Talentcasting und wer weiß, vielleicht werdet ihr gewinnen und es wird ein Star aus euch. Bei mir hat es auch geklappt, also macht es jetzt sofort. Bis dann, Peace ya! Talentcasting, merken sie sich dieses Wort. Talentcasting. Machen sie mit, lassen sie sich nicht beirren und glauben sie an ihre Chance. Talentcasting. Talent Keeping Untertitelung des ZDF, 2020